Heute im Studio Kirsten Gerhardt. Denn ausgelost wurde in Moskau unter großem Tamtam die Endrunde der kommenden Fußball-WM in Russland. Und laut vieler Fußball-Experten wissen wir nun, diese Gruppe S, die ist machbar. Mexiko, Schweden und Südkorea, so lauten die Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Löw warnte aber schon mal, der größte Feind ist, wenn man glaubt, dass man gegen Gegner wie Schweden oder Südkorea bestehen kann, indem man nur 80 oder 90 Prozent abruft von seinen Möglichkeiten. Vor zehn Jahren schafften die deutschen Handball-Männer das Wintermärchen, den Gewinn der Weltmeisterschaft im eigenen Land. Genau zehn Jahre später möchten es die deutschen Frauen den Männern Gleichtum. Allerdings sind die Vorzeichen ein klein wenig anders. Der letzte Titelgewinn liegt nämlich 24 Jahre zurück. Aber wer weiß, vielleicht bringt die Weltmeisterschaft im eigenen Land den deutschen Sportlerinnen so viel Adrenalin, dass sogar das Erreichen der Endrunde möglich ist. Heute ging es los mit dem Eröffnungsspiel in Leipzig. Julian Wiegmann. Herr, der Winter ist da. Nicht nur, weil er heute für die Meteorologen begann, sondern weil es draußen wirklich eisig kalt ist. Ob das nun ein kurzes Gastspiel ist oder ob uns ein kaltes Wochenende erwartet, hier sind die Aussichten. Das war das Nachtmagazin von heute. Die nächsten Nachrichten in der Tagesschau, die hat dann Peter Katsanzakis gegen. Für Sie geht nämlich gegen 3.05 Uhr. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.